Ich passe mal kurz auf mich auf. Ja, ich passe auf dich auf. So, meine Kartoffelfreunde. Und ich habe gerade schon wieder eine Bewegung gemacht, die für die Facecam war, aber ich habe heute keine Facecam. Weil wir sehr früh aufnehmen. Ja, wir sind hier bei der dritten Folge von Let's Battle. Und Alex, wo bist du? Ich bin im Haus und Alter, ich bring mir zwei Schwerter, um was zu essen. Ich kann nicht mehr sprinten und jetzt ist Nacht. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich tot. Hier sind zwei Creeper. Ich kann nicht mehr sprinten. Fuck. Ja, ich brate das vorher noch kurz. Nein, 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 nein. Ich kann nicht mehr sprinten. Hinter mir sind Skelette, Creeper, alles. Fuck. Scheiß einfach drauf. Ich bin gerade Richtung Haus. Ich könnte mich theoretisch auch einbuddeln. Da ist noch eine Spinne. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin auch an der Spinne vorbeigekommen. So, wir haben ja jetzt auch keine Friedensfolge mehr. Ja, genau, aber wenn ich jetzt sterbe, dann wird das richtig dramatisch. Ich bin gleich beim Haus. Am Strand sind zwei... Nee, das sind Bäume. Nee, hier sind auch Zombies direkt vom Haus. Aber die müssten jetzt anfangen zu brennen. Ja, jetzt brennen sie. Oh mein Gott. Ohne Scheiße. Ja, jetzt brennt nur der eine. Warum sterben die nicht? Weil die eine Zeit lang... Die kriegen mit dem Feuer Schaden. Aber das heißt nicht so krecken direkt. Wir müssen jetzt... So, wir müssen jetzt... Aua, nein, lass mich rein. Nein, 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 nein. Schnell, schnell. Oh, vorher weinert mich. Okay, hier, hier, hier. Hier, das Schwert, das Schwert. Danke. Ich brauche jetzt was zu essen. Hier, hier, hier. Ja, das hätten wir... Ja. Hallo? Hallo? Ach so, okay. Ich dachte, du hast kurz... Ich war weg, ja. Ist mir scheinbar, ob ich das jetzt berate oder nicht. Ja, das reicht ja jetzt auch erstmal so. Komm, wir müssen jetzt die Sachen holen. Ich hatte so viele Sachen, das ist unglaublich. Jo, also, geh mal. Ach du... Ich habe leider letztes Mal keinen Waypoint. machen können. Ich habe es mir notiert. Ein bisschen zumindest. 111. 371 war es, glaube ich. Es ist das Gute, das ist jetzt... Weißt du, was ich meine? Ja, ja, natürlich. Was war das? 375? Also, die erste Zahl war 111 und die zweite 371. Okay, auf 71 bin ich jetzt und jetzt müssen wir... Hä, wo müssen wir jetzt hin? Ja, wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste. 371. Und 111, die erste Zahl. Also müssen wir jetzt nach rechts im Prinzip. Ja, genau. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Ich bin jetzt neben dir. Warte, jetzt habe ich dich verloren. Wo bist du? Wo bist du? Bei dem Wasser direkt. Bei dem Wasser? Da bist du. Hier bist du. Hier sind wir. Hier sind wir. Ah ja, komm. Wir müssen weiter nach links. Echt? Ja, hier war irgendwo der Höhleneingang. Hier kommt nämlich gleich die Schlucht, die wir zuerst gesehen haben. Mhm. Und dahinter war dann der Höhleneingang. Da bin ich mir ganz sicher. Warte, hier ist die Schlucht. Ja, warte, ich glaube da hinten, oder? Komm mal mit. Wo bist du? Da, ich bin hinter dir. Ah nee, da ist der Schlaber. Okay, das ist es nicht. Es sah nur aus wie ein Höhleneingang. Ich habe kein Essen mehr. Ich habe noch ein bisschen. Ich habe noch acht Fleisch. Soll ich dir was geben? Nicht jetzt, nicht jetzt. Können wir gleich mal. Jo, jo. Alter. Dieser Höhleneingang. Scheiße, ich brauche diese Sachen. Ich will die Sachen haben. Hier sind wir runtergegangen. Komm her, komm her. Hier sind wir runtergegangen. Hier haben wir uns vor der Geburt. Ja, ich bin da. Ja, ja, ja. So. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Einfach springen, ist mir scheißegal. Deine Maus funktioniert auch wieder, ne? Ja. Ja, wir müssen jetzt halt hier unten voll aufpassen. Ich esse kurz was. Komm, wir sind nach links gegangen. Sonst kann ich nicht mehr sprinten. Ja, mir kannst du auch was geben, wenn du magst. Äh, ja, warte. Dann kriegst du die letzten drei Sachen. Dankeschön. Bitteschön. So, jetzt, ähm. Also ich bin auf jeden Fall. Okay. Hier runtergegangen. Hier runter, hier runter. Komm, springe das Loch runter. Spring das Loch runter. Und hier war irgendwo so ein, so ein Gang. So ein Weg. Ja? Hier war irgendwo so ein Gang nach unten. Und hier waren die Sachen. Hier sind sie. Hier, 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 hier. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab alles. Ich hab alles von mir. Deine Sachen sind weg. Aber ich hab meine. Ja, okay. Meine sind ja jetzt erstmal egal. Deine sind ja wichtiger. Ich hab viel mehr gehabt. Und ich hab hier auch, im Eisen, nehme ich das noch mit. Obwohl, nein. Die Schwitzer gebraucht zum Hochbauen. Oh mein Gott. Fällt mir grad ein Herz. Mir fällt grad ein Ding ins vom Herzen. Ohne Scheiß. Ja. Ups. Komm, wir gehen hoch. Wir bringen die Sachen jetzt erstmal in die Basis. Ja, ist sehr geil, Rater. Ich muss anders rumlaufen. Redstone. Aber die Kohle ist weg. Meine komplette Kohle ist weg. Ja, wir haben aber, glaub ich, noch in der Hütte. Haben wir noch ein bisschen. Ich habe 49 Eisen und 17 Kohle. Äh, und 17 Redstone. Und ein Kohle nur noch. Ja, ich weiß nicht. Ich glaub, wir haben noch neun Kohle. Oder acht in der Hütte. Und. Ich glaub, in der Kiste lag auch noch was. Alter, ich seh gar nichts. Ja. Du musst immer noch die Helligkeit hochstellen. Ja, ja. Nee, ich meinte eher wegen... Time to strike, time to mine. Ach so. Ja, warte kurz. Pass mal kurz auf mich auf. Ja, ich pass auf dich auf. Oh ja. Oh. Ich mach erstmal kurz die Ladestärke. Okay. Oh, Alex. Wo ist denn das? Oh, Alex. Wo ist denn Helligkeit? Oh. Und du gehst auf Optionen, Videosettings und dann steht da Brightness Light. Helligkeit hell. Ganz nach rechts ziehen. Genau. Ja, ist schon. Okay, gut. Okay. Ah, Alex. Oh. Ja, jetzt komm, jetzt lass nicht so viel Blödsinn machen. Okay, gut. Weil wir müssen hier echt was rausrauen. Ja, wir machen uns mit der Hacke einfach nach oben. Kommt mit hier hoch? Ja. Da hab ich einen abgebaut. Genau. Da. Ja. Das Problem ist halt, ich hab ja die Softbox, weißt du? Ja. Und durch die wird schwerer was zu sehen. Ist das hier nicht Kohle? Das ist alles cool, aber ich kann mit der Spitzhacke nichts abbauen, wenn die gleich kaputt geht. Wir können gleich nochmal herkommen. Da müssen wir aber ein bisschen besser gerüstet sein. Ja, natürlich. Und das machen wir jetzt, indem wir... Ich versuch so hoch wie möglich... Ja, genau. Ich versuch jetzt so hoch wie möglich zu kommen, damit ich nicht so viel buddeln muss. Du bist schon. Ach, da. Ich seh dich. Alles klar. Warum sammle ich jetzt die ganze Scheiße ein? Das ist egal. Ja, Licht. Oh mein Gott. Ja, komm. Und wenn uns jetzt die anderen sehen oder so, ne? Geh weg. Ich kann nichts abbauen, wenn du in mir stehst. Sorry, sorry. Bevor ich dich dann schlage. Okay, gut. Raus. Ich dachte schon, du hättest abgebaut. Nein, wir müssen in die Richtung. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Wenn du stirbst, ne? Ohne Scheiße. Ich töte dich. Wieso hab ich das eigentlich mit der Hand abgebaut? Ich hatte eine Schaufel. Ja. Ich wurde auch gefragt, warum ich in der ersten Folge Sand mit einer Spitzhacke abgebaut habe. Wer hat das gesagt? So dumm. Hansi irgendwie hieß der. Achso, aber da kam bestimmt von den anderen bestimmt einer, oder? Weiß ich nicht. Aber ich denke mal, ja. Also, das Ding ist, ich hatte ja vor, das kann ich ja jetzt auch mal ganz gut ankündigen. Ich hatte ja vor, ein 300-Abo-Special zu machen. Das ging aber so schnell, dass ich die 350 bekommen habe, dass ich erst mit 350 dieses Frage-Video auch raushauen konnte, wo ich gesagt habe, komm, ich mache ein Frequently-Asked-Questions-Video. Und das Problem jetzt ist, ich habe fast schon 400 Abonnenten. Das heißt, ich werde das Video oder dieses Abonnenten-Special 400-Abo-Special nennen. Ich packe erstmal alles in die Kiste. Du kannst dir rausnehmen, was du magst. Nee, ja. Ich, ähm... Wieso? Ich weiß nicht. Ich mache mir jetzt, glaube ich, noch eine Spitzhacke aus Stein. So, Eisenspitzhacke, Eisenschwert hatte ich. Ich hatte ein Steinschwert. So. Ähm, ich bin immer so einer, der sein Inventar übelst aufgeräumt haben muss, sonst drehe ich durch. Ja, ich normalerweise auch, aber... Es sind noch zwölf Kohle in der Dingens. Ich packe die ganzen zwölf Kohle mal bitte zu dem Eisen. So, ich gucke mal kurz auf der Crafting-Liste. So, wir brauchen jetzt sechs Eisen. Ach nee, wir können eigentlich nur... Wir brauchen weiße Wolle. Wir brauchen Gold und Redstone. Wir brauchen... Ähm, den Stein können wir wegmachen. Ach, die Erde auch. Okay, also gut. Wir brauchen, ähm, wir brauchen Lapis Lazuli und Redstone. Das haben wir nicht. Wir können diesen Inks... Wir haben Ink-Sack und diesen Ink-Sack haben wir. Und, ähm, zwei Redstone. Und dann brauche ich jetzt noch sechs Eisen. Du machst das alles, äh, soll ich mal... Soll ich einem von uns mal einen Helm bauen? Ähm, ja, lass mich kurz die sechs Eisen rausholen. Und dann kannst du mit dem, mit dem anderen Gold erstmal zwei Brustplatten mal... Äh, mit dem anderen Eisen zwei Brustplatten machen. Ein bisschen Werkzeug und das reicht erstmal. Okay. Oh Gott, wir haben die Sachen wieder. Oh mein Gott, du weißt gar nicht, wie leicht ich mich fühle. Ich hab die halbe Nacht nicht gepennt. Klingt vielleicht ein bisschen süchtig. Aber ich hab mir die ganze Zeit ausgemalt, wie wir das jetzt machen, ne? Ja. Oh Gott. So, ich fang an, ne? Wir hätten das nicht mehr bekommen. Wir wären richtig am Arsch. Ja, weil die anderen sind viel weiter als wir. So, ich hab die ersten Waffen... Ja? Was ist los? Hallo? Ja? Ja? Du hast die ersten Waffen und dann war's schweig. Ja, ich habe... Hä? Hier steht, dass ich drei... Sechs Eisen brauche. Dann ein Inkstack und links und rechts Redstone oder was ist das? Ist das nicht Redstone? Ja. Nee, ich hab genug Eisen. Ich hab ja sechs, aber... Wäre mir egal. Nimm die auch noch. Aber er sagt zu mir, ich brauch... Hä? Du hast meinen Redstone aufgenommen, mein Eins. Er sagt zu mir, ich brauch kein Redstone, sondern was anderes. Ähm, das Essen... Ich brate das Essen einmal. Jo. Was ist denn das? Das Blaue ist Lapislazuli und das Rote? Wenn ich das wüsste... Du hast das halt auf Englisch. Das ist auch ein bisschen problematisch. Nee, nee, nee. Ich hab ein Texture Pack drin und das hier sieht halt anders aus, als das, was ich im Original habe. Mhm. Okay, naja. Okay, warte, ich muss ganz kurz googeln. Wenn du Lapislazuli eingibst, kommt das allererste aus Minecraft. Obwohl das es ja auch im richtigen Leben gibt. Tja. Okay. Das ist irgendwie... Jetzt bin ich verwirrt. Das ist mir relativ egal, weil die Folge gerade vielleicht vorbei ist. Ähm, er sagt zu mir, dass... Ich weiß nicht, kannst du den Tab aufmachen? Welchen? Den, den wir in der Gruppe haben? Ich will jetzt nicht aus Minecraft raus tappen, weil ich weiß nicht, ob das sonst mit Fraps funktioniert. Ja, ja. Du sollst OBS nehmen, du Vogel. Ja, hab ich probiert, aber der nimmt da Minecraft irgendwie nicht richtig auf. Das muss ich nochmal genauer gucken, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hab. Ich kann dir das doch erklären. Ja, das machen wir aber wann anders. Ähm... Also, dann ist das kein Lapislazuli, äh, dann ist das kein Redstone, dann ist das was anderes Rotes. Ich weiß aber nicht was. Ähm... Ich würde mal sagen, ich verbrauche meine Spitzhacke noch kurz und dann, ähm... Schreiben. Aber, ähm... Ähm... Genau, das ist auch nochmal was von euch. Ähm... Warte, hier, du kriegst nochmal vier, vier Fleisch. Dann bitte nicht in die Kommentare schreiben, was die anderen machen, weil wir dürfen uns gegenseitig nicht helfen, sozusagen. Ja. Es ist kein Redstone, das ist was anderes. Das ist rot und... Das ist rot gefärbt, aber was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich hab nur in deiner Folge gesehen, dass du irgendwas Rotes abgebaut hast. Genau, das ist, äh, Redstone. Ja, also. Okay, gut, das ist Rosenrot. Das kriegt man ganz leicht. Okay. Du kannst nämlich Blumen. Klar, ich wusste, dass mir das bekannt vorkommt. Oh, Dong. Au. Du hast übrigens das ganze Essen jetzt. Du darfst Essen fahren, wenn du magst. Okay. Und du machst Minecraft-Videos. Ich suche mir mal eine Rose. Du machst ja eher Survival und so eine Kacke. Ja, genau. Da braucht man das nicht so oft, ja. Da fuck, jetzt sind hier keine Blumen, oder was? Hier ist eine gelbe. Gelbe Blaurink brauche ich ja nicht, ne? Ich hatte auch mal eine gelbe, aber die hätte uns ja auch nicht viel gebracht. Okay, da hinten ist ein Zombie. Ja, du kannst dich ja um die Dinger kümmern. Wir haben ja jetzt Rüstung und so, wir kriegen ja jetzt nicht so viel Schaden. Hier sind nur gelbe Pflanzen. Kannst du vielleicht ein bisschen Holz holen, während ich hier durch die... Ich hab leider keine Axt. Dann mach dir eine. Ja, ich hab nicht genügend Sticks gehabt. Achso, du bist aber doch noch beim Haus, ne? Hier ist noch eine Pilzsuppe, die können wir auch noch nehmen. Ich baue die jetzt erstmal ohne ab. Äh, Pilz, nicht Pilzsuppe. Da, ich hab Rosen gefunden. Spinne, Spinne, Spinne. Wo bist du? Wo bist du die Fotze? Da. Ich nehm noch ein Schwein mit, ne? Jo, mach das. Und ein paar Pilze. Ich muss auch nachher nochmal gucken, wie man Pilzsuppe macht. Aber damit wrecks du halt extrem sofort... Extrem sofort... Sofort leben. Und, äh, das ist eigentlich relativ ganz gut im Fight. Weil dann kannst du halt schnell darauf switchen, was essen. Du musst dir... Du inhalierst die sozusagen. Wenn du rechtsblick machst, du... Weg ist sie. Und ja. Also die Folge... Heute kommt ohne Facecam, weil... Marcel sich nicht gewaschen hat. Ja. Also heute ohne, weil ich... Weil Marcel sich schämt. Ich hab mir einen Wecker auf halb neun oder so gestellt, damit ich alles machen kann. Duschen, alles. Näää, Digga. Achso war ich viel zu faul. Ja, ne, ich bin dann auch erst schlussendlich um halb zehn aufgestanden. Aber ich hab's noch geschafft, mich zu duschen. German Weapon Box haben wir jetzt. Okay, ich komm mal zurück. Ich hab nur ein bisschen Holz gefahren. Ah. Fuck, ich weiß nicht, was das schwarze ist. Das Texture Pack ist noch nicht so alt. Schießpulver. Wir brauchen Schießpulver. Okay. Okay, wir haben eine K98 und eine K98 Sniper. Gut. Kannst du mir einen Gefallen tun, das Holz noch nicht verarbeiten? Wir brauchen rohes Holz dafür. Okay. Gut, jetzt haben wir German Weapon. Ich brauche Lapis Lazuli. Das hab ich immer noch nicht. Weiße Wolle haben wir auch nicht. Japanische Box. Da brauchen wir weiße Farbe. Kriegt man nochmal weiße Farbe. Gelb und Rosenrot. Hier ist noch was. Hier ist noch eine andere. Okay. Oh, das passt gerade noch so. Gut, ich kann jetzt noch eine zweite Waffenbox machen. Das ist relativ cool. So, gelb. Zwei rote. Ja, ich hab den Creeper getötet. Ich hab eine russische Waffenbox. Ich glaub, damit haben wir gewonnen, oder? Ist Russland nicht immer a win? Wer weiß nicht, gegen Amerika. Ich weiß nicht, bringe du ein Schwarzpulver was? Ich hab keine Rosen mehr. Ja, Schwarzpulver. Ganz viel. Creeper töten und einsammeln. Hier. Eins hab ich dir schon zugeworfen. Also du brauchst rohes Holz. Ah, warte, ich brauche ein Schießpulver für das Magazin. Dafür drei Eisen. Wir brauchen sehr, sehr viel Eisen. Ähm, das ist zu wenig Holz für eine Waffe. Wir brauchen 15. 15? Ja, genau. 15 Holz, also Hummer 30 insgesamt. Ähm, Eisen hab ich noch genug. Dafür hätte ich keine Axt. Hier ist noch eine Giste gewesen. Ja. Ich kann hier auch eine Eisenachs machen. Nee, jetzt sitzt man... Ah ja, okay, die Schöffer steht kaputt. Okay, da kommt ein Zombie. Den erledigen wir mal kurz. Zack, zack, zack. Ich mach dir kurz hoch. Hä? Ey, aber das in der Höhle, das war ja nicht normal. Hast du dann auch gemerkt, ja? Ja, aber ich frage mich... Ups, ich hab jetzt eine Eisenspitzhacke gemacht. Ich dachte, ich mach dir noch eine Eisenachs. So, bitteschön. Ja, Moment, ich bin schon raus. Ich komm wieder rein. Aber er liegt direkt an der Tür. Weil ich dich gesehen hab eben, als du den Zombie getötet hast. Okay. Aber weißt du, was ich ein bisschen komisch fand? Der eine hat jetzt erst einen Zombie oder so getötet. Oder irgendein anderes Vieh. Ähm, die Folge müsste jeden Moment vorbei sein. Ja, dann bleib ich doch noch hier, ne? Ich frage mal, ob die heute länger sein soll, die Folge. Ich könnte noch eine Waffenbox machen, und zwar eine japanische, glaube ich. Ach nee, ich hab keine Rosen mehr. Dann suche ich jetzt mal die Rosen. Wow, standst du wirklich an der Tür und hast reingeguckt? Nein, 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 ich hab grad... Ähm... Oh, hier ist noch ein Creeper. Ich hol mir das Schießpulver von dem. Solange, äh, vorausgesetzt, äh, explodiert nicht. Ah, erste Tod. Der erste Tod. Der erste Tod. Komm mit rein, komm mal rein ins Haus. Das Skelett geht mir auf den Sack. In welchem Team ist er nochmal? Ich weiß es nicht. Aber guck mal, rechtsklick, ähm... Domse. Ja, hier, guck mal. Halt die Klasse! Drei Lebel! Lebel! Ähm, guck mal hier. Ach egal. Guck mal da, guck mal, klick mal rechtsklick auf die Waffenbox, und dann siehst du, was du genau dafür brauchst. Also es gibt von jeder Waffe noch eine Sniper, also... Mhm, mhm. Also 15. Okay, die kann man damit abbauen. Ich weiß noch nicht, ähm... Wir haben eine deutsche und eine russische. Alter, die deutsche. Die deutsche! Wie die aussieht! Mit dem Eisern und einem Kreuz drauf. Ich versuche mich mal hier, um die Skelette zu kümmern. Okay, soll ich dir helfen, oder kriegst du das hin? Ja, ich kriege es schon hin. So, wir, ähm... Wenn du auf dem Weg zu den Bäumen Rosen findest, ich habe auch zwei, ähm, Schwarzpulver gefunden, das heißt, wir haben drei Magazine jetzt schon. Okay. Ähm, ich baue... Ich farm auch ein bisschen Cobblestone später, um dann unsere Basis ein bisschen umzubauen, damit wir ein bisschen härteres Material haben. Ich habe hart gesagt. Oh! Ja, ähm... Was ist eigentlich, wenn wir einfach eine zweite Schicht rummachen? Es ist überirdisch. Aber mehr... Wenn... Also mehr Schichten, gleich mehr Stabilität natürlich, ne? Ja, ich meine ja, dass wir jetzt vor das Holz noch Stein machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Das ist cool. Damit die sich da halt, wenn sie sich durchbauen wollen, ja. Gut, wenn sie TNT haben, sind wir eher am Arsch. Na, aber das, ähm, das ist nicht so ganz richtig. Aber, ähm, aber, ähm, aber, ähm, wenn sie, ähm, nämlich sich durchbomben, die durch die Schichten, ähm, kriegen die Blöcke weniger Schaden. Okay. Bin ich der Meinung. Also bin ich mir relativ sicher. Ich bin schon Level 8. Wenn wir Diamanten finden, kann ich auch einen Verzauberungstisch machen. Ich bin Level 1. Ja, du bist auch gestorben. Ach ja, nee. Aber ich habe ja mittlerweile schon wieder ein bisschen gefarmt. Ich bin ja hier. Ich bin ja den ganzen Monster getötet und du nicht. Hey. Hallo? Ja? Was ist das jetzt? Warst du weg diesmal? Nee, nee, nicht deswegen. Ach so. Äh, wegen dem Zombie gerade. Ähm. Ich suche nur wieder noch ein paar Rosen. Das Gute mit der Minimap ist einfach, man kann sich besser orientieren. Das ist wirklich so. Ja, dafür ist es auch klar. Ich dachte gerade, das wäre eine Basis von den Gegnern, aber das ist ein riesiger Berg. Ich hatte gerade voll Angst. So eine gigantische Festung auf einmal vor mir. Das sah so, sah so hingebaut aus, ey. Oh, ich habe wieder zwei Schweine. Ich frage mir noch so ein paar Häuschen. Äh, Häuschen. Ja, machen wir das mal so, dass wir zwei K einsammeln. K-98. Und, ähm, wenn du noch ein bisschen Schießpaufer machen könntest, holen könntest, dann hätten wir noch mehr Munition. Was ist K-98? Ähm, die deutsche Waffe. Oder wir nehmen die Russen OP-Waffe, aber dann flamen uns die anderen. Ähm, entscheidend ist spontan, würde ich sagen. Ich habe Schafe, ich habe Wolle gefunden, also Schafe für die Wolle. Rorschuh, Zuckerrohr? Ähm, ich habe das neben das Haus gestellt. Da müsste. Okay. Da müsste schon viel sein. Folgenende. Ja, ok, gut. Ähm, ich werde jetzt hier Schluss machen, oder wir müssen Schluss machen, weil das Server gleich ausgeht. Wir sehen uns nächstes Mal. Genau. Wenn es wieder heißt, Server Closed. Tududud. Tschüss.